Borussia Mönchengladbach, aber auch die Eintracht aus Frankfurt beschäftigen sich laut Sky mit einer Verpflichtung von Leandro Moigala. Der junge Verteidiger von 1860 München soll bei den beiden Bundesligisten im Transferfokus mit Blick auf den kommenden Sommer sein. In diesem Video werde ich Ihnen euch einfach mal so ein bisschen vorstellen, seinen Werdegang, seine Spielweise anhand seiner Stärken und Schwächen und euch dann auch noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft geben, zu welchem Team er passen könnte bzw. wie gut er werden könnte. Erstmal ein paar grundlegende Infos zu Moigala selbst. Er ist gerade einmal 18 Jahre alt, Innenverteidiger und 1,86 Meter groß. Moigala ist Rechtsfuß und noch bis 2025 an 1860 gebunden, da er erst kürzlich seinen Vertrag verlängert hat, wobei er schon jetzt einen Marktwert von 700.000 Euro aufweisen kann. Allerdings denke ich, dass der beim nächsten Marktwert-Update auf jeden Fall erhöht werden wird. Jetzt nicht überkrass, aber schon so circa auf eine Million Euro um den Dreh rum. Er stammt ursprünglich aus der Unterhaching-Jugend, wechselte allerdings schon mit 10 Jahren zu den Löwen. Moigala galt bis jetzt eigentlich nie wirklich als Riesentalent, so war er in der U17 nie wirklich Stammspieler, spielte kaum für die zweite Mannschaft, auch aufgrund von Verletzungen und kam dann aufgrund von Personalnot in der Drittligamannschaft im Januar diesen Jahres zu seinem Profidebüt im Alter von nur 17 Jahren. Über mehrere Kurzeinsätze empfahl er sich, woraufhin er mehr oder weniger zum Stammspieler wurde, zu dem er in der laufenden Saison auf jeden Fall avanciert ist. So spielte er bis auf zwei Spiele, die er verletzungsbedingt verpasste, alle Spiele über die vollen 90 Minuten in dieser Drittligasaison, zudem auch noch das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, wo er meiner Meinung nach auf jeden Fall der beste Feldspieler der Münchner war. Dadurch machte er sich einen Namen und gehört nun auch zum Kreis der U-Nationalmannschaften, aktuell zu der U19. Kommen wir nun also zum interessantesten Bereich, was die zukünftigen Arbeitgeber für ihn angeht, nämlich seine Stärken und Schwächen und damit einhergehend halt eben auch seine Spielweise so generell gesehen. Und wie gesagt, ist Moigalas gelernte Position die Innenverteidigung, daher spielte er diese Saison bis auf ein Spiel, in dem er Rechtsverteidiger war, jedes Spiel als rechter Innenverteidiger in der etablierten Viererkette bei 18,60. Hier sehen wir noch seine Heatmap aus der vergangenen Saison, in der er aber zumeist als rechter Innenverteidiger in einer Dreierkette spielte, deshalb ist es ziemlich rechtslastig hier. Er kann also problemlos auf diesen drei Positionstypen spielen, da er ein moderner Spielsteiger und technisch gut ausgebildeter Spieler ist. Eine 93%ige Passquote im Kurzpassspiel und 72% angekommene Pässe ins Angriffstrittel unterstreichen dies. Dabei gefallen mir vor allem seine langen Bälle und allen voran seine Seitenwechsel, um das Spiel zu verlagern. Moigala dribbelt im Spielaufbau seine Gegenspieler jetzt nicht unbedingt von sich aus an, aber wenn er selbst angelaufen wird und gepresst wird, dann zeigt er sich doch oft gut im Dribbling und kann dabei auch mal den ein oder anderen Gegner stehen lassen. Er ist generell relativ pressing-resistent und zeigt dabei auch eine gute Risikoabwägung und ein gutes Gefühl dafür, wann er ins Dribbling gehen kann oder wann er eben den Ball mal langschlagen muss. Bei 18,60 München kommt ihm natürlich die offensive Spielweise zugute, bei der sie selbst den Ball haben wollen, wobei er seine Stärken halt eben gut ausspielen kann. Denn neben seinen guten Fähigkeiten am Ball weist er auch ein hohes Tempo auf und kann somit gefährliche Konter der Gegner unterbinden oder halt eben auch im Keim ersticken, bevor sie überhaupt entstehen, da dies bei hohem Ballbesitz halt öfters mal gefragt ist, den die Münchner natürlich dementsprechend oft haben, da sie ein Top-Team der Liga sind und eben auch so auftreten. Kommen wir nun zu den reinen Defensivfähigkeiten und da ist der größte Pluspunkt, dass er physisch sofort da war und sich trotz seines jungen Alters gegen die meisten Gegner durchsetzen konnte. Also der Sprung von Jugendfußball auf Erwachsenenfußball ist ihm körperlich direkt gelungen und das sogar direkt in die dritte Liga, ohne davor den Schritt über die zweite Mannschaft gehen zu müssen. Dabei ist er vor allem im Zweikampf am Boden sehr stark und das ist gleichzeitig mit seine größte Kompetenz, unter anderem mit einer 74% Zweikampfquote, was Defensivduelle anbelangt. So ist er aber auch ein sehr fairer Verteidiger, denn trotz seines teilweise härterem Einsteigens spielt er doch fast immer den Ball und zieht dann eben zurück, falls er mal keine Chance dazu hat. Dies wird dann vor allem an seiner Kartenstatistik deutlich, bei der ihm in 25 Einsätzen für die Profimannschaft nur eine gelbe Karte zugeschrieben wurde. Auch in der Luft ist Moigala stark, hat ein solides Kopfballspiel, allerdings fehlt ihm in den Luftzweikämpfen, wenn es also Kopf an Kopf geht, noch so ein bisschen die Erfahrung und das merkt man dann vor allem, wenn er gegen physische Kopfballsteigestürmer ins Duell muss. Dennoch hat er trotz seiner vielen guten Attribute auch noch Bereiche, in denen er sich klar verbessern muss. Dazu zählt zum einen sein teils sehr proaktiver Verteidigungsstil, der an sich nichts Schlechtes, sondern lobenswert ist, allerdings sind seine Aktionen so teilweise schon sehr riskant, was auf einem höheren Niveau noch stärker ausgenutzt werden würde. Auch da wird er sich aber, denke ich, mit viel Spielpraxis und daraus resultierender Erfahrung bessern. Zum anderen benutzt er hauptsächlich seinen rechten Fuß und meidet den linken, soweit es nicht sein muss. Dies ist ein Aspekt, in dem er auf jeden Fall noch an sich arbeiten muss, denn so ist er quasi nur auf der rechten Seite der Innenverteidigung einzusetzen. Menschlich gesehen gilt Moigala in seinem Umfeld als sehr bodenständig, zeigte sich zuletzt in einem Interview von dem Bundesliga-Interesse geehrt, betonte aber, dass für ihn von Anfang an klar war, dass er bei den Münchnern bleibt und verlängerte daraufhin ja auch seinen Vertrag bis 2025, was uns nun aber auch zu dem nächsten Punkt bringt, denn nun stellt sich also die Frage nach seiner Zukunft und da sehe ich für den kommenden Sommer eigentlich nur zwei Szenarien. Entweder er bleibt bei 1860, egal in welcher Liga, oder er wird eben verkauft und dann direkt wieder verliehen, da ich ihn jetzt noch nicht auf Erstliganiveau in Deutschland, also in einer Top-Liga-Performance sehe. Möglicherweise könnte man ihn zu den Löwen zurückverleihen, falls diese dann aufsteigen oder eben zu einem anderen Zweitligist, denn das wäre für mich eigentlich der nächste vernünftige Schritt in seiner Karriere, da er schon jetzt zu den besten Innenverteidiger der dritten Liga gehört. Auf Dauer sehe ich ihn auf jeden Fall in der Innenverteidigung, was seine Position angeht, da aufgrund seiner physischen Anlage seine Stärken dort halt einfach überwiegen im Vergleich zur rechtsverteidiger Position. Aufgrund seiner Spielstärke würde er in das Falke-System bei Gladbach passen, aber durch seine aufopferungsvolle Spielweise in Defensiv-Zweikämpfen, kann ich ihn mir auch gut als rechten Innenverteidiger in der Dreierkette bei Frankfurt unter Glasner vorstellen. Das Potenzial für oberes Bundesliga-Niveau sehe ich in ihm auf jeden Fall, aber er muss sich nun dennoch durch Spielpraxis in allen Bereichen weiter verbessern, auch wenn er jetzt schon sehr komplett ist für einen Innenverteidiger. Generell erinnert er mich ein bisschen an Nico Schlotterbeck vom Fußballerischen, wenn auch nicht in allen Aspekten, aber halt vor allem in der Geschichte, denn beide waren in der Jugend keine großen Talente, aber als sie dann in den Profifußball kamen, dann waren sie beide sofort voll da, sowohl physisch als auch psychisch und so kann ich mir auch eine ähnliche Entwicklung bei Leandro Moigala vorstellen, der dann eben zum deutschen Nationalspieler reift, aber das ist jetzt ein bisschen viel vorausgesehen. Dennoch, das soweit meine Einschätzung zu dem jungen 1860 München-Verteidiger. Was sagt ihr zu dem ganzen Teil der meine Einschätzung? Wo seht ihr ihn? Bei Gladbach, Frankfurt oder doch woanders? Lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.